Herzlich willkommen hier in Hannover auf der Eurotier 2022 am Stand von Firma Severin. Wir sind Gasmessgerätehersteller für den Biogassektor. Bei unserem System Multitec BioControl handelt es sich um eine stationäre Lösung bzw. eine Kombination aus einer stationären und einer mobilen Lösung. Die mobile Einheit können Sie ganz einfach der Anlage entnehmen und können sich von nun an in der Anlage frei bewegen und an anderen Messstellen Ihre Werte messen. Alle in der Anlage mobil gemessenen Daten können Sie so jetzt einfach in dem System Multitec BioControl wieder übermitteln. Ihre stationären Messstellen können Sie sich hier auf dem Display anschauen und die einzelnen Messwerte an den Messstellen anzeigen lassen. In dem Menüpunkt Messstellen können Sie unter anderem die einzelnen Messstellen individuell bezeichnen. Im unteren Bereich des Displays können Sie dann Ihre Daten abrufen und sehen wie effizient Ihre Anlage arbeitet und eingestellt ist. Sollten Sie in Ihrer Biogasanlage auch Ex-Schutzbereiche haben, haben wir das Ex-Tech PM580 mit dem Sie Räume freimessen können und nach dem freimessen im Arbeitsbereich freihand arbeiten können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.